Wir schauen jetzt auf schockierende Bilder aus London. Mehrere jüdische Passagiere sind auf dem Weg zu einer Hanukkah-Feier, dem höchsten Fest im jüdischen Glauben. Und während sie im Bus sitzen, werden sie von Passanten beleidigt und angegriffen. Mehrere von ihnen zeigen den Mittelfinger und den Hitlergruß und damit nicht genug. Einige treten und spucken auch gegen den Bus. Es sind widerliche Szenen, die einen sprachlos machen. Unglaublich, mit welchem Hass im Jahr 2021 in aller Öffentlichkeit, mitten im Zentrum der britischen Hauptstadt, einer Weltmetropole, Juden angegangen werden. Bei uns im Studio ist der BILD-Live-Chef Klaus Strunz. Klaus, dein Kommentar. Ja, also wir müssen es benennen, was es ist. Eine Schande, eine Katastrophe für alle, die sich vorstellen, dass Kulturen friedlich nebeneinander und miteinander leben können. Also für alle die Integration, dieses wichtige Mittel, Menschen zusammenzubringen, zu leichtfertig nehmen. Das eigentlich Beklemmende, neben der Sache selbst, da waren übrigens Teenager offensichtlich in dem Bus, also ein Angriff auf Jugendliche. Es wurde gerufen, Free Palestine. Damit ist auch die Absenderschaft klar. Es ist also sozusagen ein Angriff von muslimischen Fanatikern auf jüdische Teenager. Es muss auch einmal ausgesprochen werden. Und es muss berichtet werden. Weil, was ich immer vermisse, ist, warum ist das nicht in der Tagesschau? Warum ist das nicht in heute? Warum ist das nicht in der BBC? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Vielleicht ist es da, weil es in England war. Aber viele vergleichbare Taten werden immer nur, ja, eigentlich nicht berichtet. Es wird nicht richtig Notiz davon genommen. Dabei zeigt uns das etwas, was wirklich beklemmend ist. Das ist das Eigentliche aus deutscher Sicht. Falls jetzt irgendjemand denkt, das ist doch in London, was geht uns das an? Es geht uns was an, weil diese Szenen haben sich ja auch auf deutschen Straßen schon ereignet. Diese Szenen kann man auch in Deutschland sozusagen nicht als das gibt es nicht bezeichnen. Diese Szenen können stattfinden in Berlin, in Köln, in Essen. Und jetzt kommt was sehr Interessantes. Sie können aber eigentlich nicht stattfinden in Warschau, in Budapest und in Prag. Und das ist ja schon ganz interessant. Was ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist eine Einwanderungs- und Zuwanderungspolitik, die strikter ist. Das muss man nicht gut finden. Aber was man machen muss, wenn man viele Menschen anderer Kulturen in sein eigenes Land einreisen und dort leben lässt, ist, dafür zu sorgen, dass sie die Werte, die hier gelten, akzeptieren. Und Jugendliche wie die, die wir da gesehen haben in London und Jugendliche, die das in Deutschland machen, akzeptieren diese Werte nicht. Und das ist das Totalversagen einer Integrationspolitik. Ich will sogar gar nicht jetzt sagen, die sind schuld und die sind schuld und die sind schuld. Eigentlich ist es das Totalversagen von uns allen, weil wir offensichtlich unser Wertesystem, das ja in dieser Frage auch darauf beruht, leben und leben lassen. Also man lässt andere in ihrem Glauben leben. Man lässt andere mit ihrer Auffassung leben. Neben sich, man freut sich, man strebt ein Miteinander an. Aus diesem Leben und leben lassen ist offensichtlich Leben und Leben hassen geworden. Und das ist der GAU, der größte anzunehmende Unfall für Integrationspolitik. Wenn ich diese Bilder sehe, die wir jetzt aus London gesehen haben, und wenn ich mich an die erinnere, die es in Deutschland schon gab und hoffentlich nicht mehr geben wird, allein wenn man diesen Satz ausspricht, glaubt man selber nicht dran. Es ist ja morgen wieder möglich. Das Ganze auch noch an jüdischen Feiertagen ist ja mittlerweile so, dass immer wenn ein jüdischer Feiertag ist, man sich Sorgen machen muss, dass es zu einem antisemitischen Übergriff kommt. Ja, wo lebe ich denn? Ich denke, wir leben in einem Land, wo ganz klar ist, wie die Regeln sind. Und wer sich nicht daran hält, Achtung, der muss große Probleme kriegen. Und ich bin auch der Meinung, wer das, was wir hier sehen, begeht, muss viel härter bestraft werden, als das bislang der Fall ist, wo man sich mit den Sanktionen bei antisemitischen Straftaten und antisemitischen Taten sehr, sehr schwer tut.